Herzlich willkommen zu unserem Wochenend-Video. Heute geht es nochmal um die Mitochondren und es geht um ein kleines Update zum Thema des Bioenergetischen Gesundheitsindex, damit Sie nochmal eine Ahnung dafür bekommen, und zwar in Form einer kleinen Geschichte. Es geht um einen Vogel, der uns dabei begleitet, was wir mit dem Bioenergetischen Gesundheitsindex denn eigentlich so erfassen. Bis gleich! Der Kanarienvogel ist ein Vogel, der mit Umwelteinflüssen, vor allem mit negativen Umwelteinflüssen, überhaupt nicht umgehen kann und ziemlich schnell von der Stange kippt. Und als ich früher bei der Bundeswehr war und wir noch ganz viel ABC-Alarm hatten, da war es ein geflügeltes Wort, dass der Gruppenführer sagte, Der Kanarienvogel ist von der Stange gekippt und einer rief ganz laut ABC-Alarm und alle zogen sich die Maske über den Kopf und den Poncho drüber und dann war schlecht Luft zu kriegen, weil wir davon ausgingen, dass irgendwelche Gifte in der Luft waren. Und es geht darauf zurück, dass der Kanarienvogel in der Zeit, wo man noch keine Sensoren hatte, im Bergbau eine ganz wesentliche Funktion hatte, nämlich, dass wenn zu viel Kohlendioxid oder zu viel Kohlenmonoxid oder zu viel Methangas, also alles Dinge, die unsere Mieterchörnerin überhaupt nicht gut abkönnen, sich anhäufte, dass Grubenunglück verhindert werden sollte. Denn der Kanarienvogel fiel eine ganze Ecke früher von der Stange, als dass die Menschen dort im Sinne eines Grubenunglücks umkippten und dort verstarben. Heute hat man das mit Bewetterungsanlagen drauf, man weiß um das Problem immer noch und man misst natürlich mit ganz anderen Sensoren, was da unten los ist und wie man bewettern muss. Der Bioenergetische Gesundheitsindex ist nun ein Messparameter unserer Mitochondrien, anhand dessen wir eben sehr gut erkennen können, wie viel Sauerstoff die Mitochondrien bei unbegrenzt vorhandenem Sauerstoff denn dafür verwenden, Energie zu produzieren, unser ATP, den Brennstoff unserer Zelle, wenn wir denn eine Energieanforderung haben. Und dazu messen wir zunächst mal, was die Mitochondrien denn überhaupt so in Ruhe an Sauerstoff verbrennen. Und das sollte natürlich im Optimalfall für die ATP-Bildung da sein, wissend, dass auch ein ganz kleiner Teil des Sauerstoffs, den wir da verbrauchen, für andere Zwecke als für die Energiegewinnung genutzt wird, nämlich zum Beispiel für die Entgiftung der Zelle über Zytochrom P450 oder über die Abwehr von irgendwelchen Erregern oder Pathogenen, die in die Zellen kommen. Letztendlich vielleicht auch sogar hormonelle Geschichten oder toxische Metalle, mit denen wir zu kämpfen haben und wo man sich darum bemüht, sie irgendwie loszuwerden. Wenn wir dann in so einem Tippniss-Parcours der Mitochondrien, was so ein bioenergetischer Gesundheitsindex zur Voraussetzung hat, um diese vielen Messungen zu machen, die Mitochondrien schickt, dann werden die verschiedenen Komplexe der Atmungskette gehemmt und dass man damit herausrechnen kann, wie viel von dem Sauerstoff, den wir denn da als Verbrauch messen, wird für die Brennstoffproduktion genutzt und wie viel wird für andere Zwecke verbraucht. Und wenn wir dann einen Entkoppler da reintun, also sozusagen ermöglichen, dass die Protonen ohne die ATP-Synthase wieder ins Innere können, dann führt das dazu, dass die ATP-Synthase überhaupt, also null ATP mehr bilden kann und dann sehen wir, dass die Mitochondrien eine maximale Energieanforderung haben, weil wenn sie die jetzt nicht bewältigen können, dann können sie den Energiebedarf der Zelle nicht decken und dann stirbt diese Zelle in null Komma nichts. Das ist dann ein echter Zelltod. Und genau das passiert in diesem Versuch. Da kann man nochmal sehen, was können die, was geht maximal, wissend, dass sie dann natürlich sterben müssen, weil sie können ja nicht bilden, sie brechen dann ja irgendwann ein und wir messen die sogenannte Spitze, was in dem Moment geht. Und das zeigt etwas über die Zellgesundheit und die mitochondriale Gesundheit ihres Körpers. Und das ist etwas, was auch in den, wir nehmen ja in der Regel Immunzellen dafür, was uns zeigt, wie ihre Immunzellen drauf sind, wenn es darum geht, Krankheitsbewältigung zu ermöglichen. Und die CD8-Zellen, die man ja explizit dafür rausnehmen kann und die etwas mit der Virusbewältigung zu tun haben, egal ob es jetzt um chronisches Fatigue-Syndrom geht, wie bei Epstein-Barr-Virus oder Zytomygalie-Virus, kann es ja auch sein, dass wir demnächst einen Anstieg für chronisches Fatigue-Syndrom haben, weil wir durch das Covid-Virus also entsprechende Schädigungen haben, Einschränkungen haben, Dauerbelastungen haben der Patienten und auch der Immunzellen, sodass die sich letztendlich erschöpfen. Und wenn man solche in den normalen Laborparametern völlig unauffällige Krankheitsbilder vor sich hat und man sehr schnell in die Verdrückerecke oder in die Hypochonderecke oder in die psychosomatische Ecke geschoben wird, kann man mit diesen Messparameter, also unserem Kanarienvogel des Immunsystems herausfinden, wie es um ihre Gesundung, ihre Selbstheilungskräfte und auch ein bisschen um ihren Krankheitszustand bestellt ist und hätten damit zum einen ein Signalmessparameter, einen Verlaufsparameter für das, was wir tun müssen und wissen, ob wir etwas tun müssen. Also vielleicht ist das jetzt eine Geschichte, mit der Sie so ein bisschen einsortieren können, was so ein BHI eigentlich kann, Bioenergetik, Health Index und wenn Sie diesen Begriff mal googeln bei Google Scholar, dann finden Sie unendlich viele Studien, die sich damit beschäftigen und die auch sehr gut etwas zeigen, was das zum Beispiel mit der Herzleistung zu tun hat, mit dem Herz-Kreislauf-System zu tun hat, mit der Arterienverkalkung zu tun hat, mit dem Diabetes zu tun hat, mit den neurodegenerativen Erkrankungen wie Alzheimer, wie Parkinson, wie MS, wie Amyotrophelateralsklerose und anderen neurodegenerativen Erkrankungen, aber auch Depressionen, anderen psychiatrischen Stimmungsschwankungen, Missfunktionen, ADHS-Syndromen etc. zu tun hat und letztendlich eben auch mit der Bewältigung von Krebs, denn auch hier sind die CD8-Zellen ja dafür da, die Pathogene, die entarteten Zellen, die Tumorzellen zu erkennen und letztendlich dann auch abzutöten. Also BHI ist keine Zauberei, BHI ist super gut erforscht und es kommt jetzt so gerade dazu, dass Sie es für sich nutzen können, hier in Europa, gibt es also in Deutschland auch zwei Labore, die das machen und dann haben Sie in ungefähr zwei Wochen auch ein Ergebnis und dann kann man das auch für Sie einsetzen. Es ist nicht mehr nur Forschung, es ist schon Diagnostik und Therapie. Es ist individuelle Therapie, es ist genau auf Sie zugeschnitten und wenn man diese gewaschenen Mitochonden dann nochmal mit Ihrem Plasma in Verbindung bringt, dann misst man all die Botenstoffe, die in Ihrem Plasma sind, all das, was Sie gegessen haben, all das, was an Entzündungen, Viren, sonst was da drin ist, als Wirkung auf diese Mitochonden und sieht, ob dieser maximale Sauerstoffverbrauch unter der Entzugabe Ihres Plasmas sich verbessert oder verschlechtert und damit kann man auch sehr gut überprüfen, ob wir eine Kurskorrektur in der Therapie vornehmen müssen oder ob wir auf dem richtigen Weg sind und schon in ruhiges therapeutisches Fahrwasser kommen. Also jetzt genug vom Mediziner-Latein oder Seemannsgarn oder Jäger-Latein, was auch immer mal sind. Heute ist es mal eine Geschichte aus der Medizin, dass Sie Bilder in den Kopf bekommen. Machen Sie es gut! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank!